Hallo, in Deutschland wird es immer noch besser bezahlt, wenn ich 8 Kilo leblosen Stahl durch die Gegend trage, als wenn ich 8 Kilo zappelndes Kind auf dem Arm habe. Und alle sagen, wie wertvoll die Arbeit in den Sozialberufen ist. Und alle finden, dass man die sozialen Berufe stärken muss. Aber niemand sagt konkret, wie das denn gehen kann. Und ich finde, da muss man schon laut sagen, da muss man einfach auch Geld in die Hand nehmen. Und dann schauen wir uns das Steuerkonzept der SPD an und dann wissen wir auch, woher dieses Geld kommt. Man kann nicht nur erzählen, wie toll die Arbeit ist, aber ich sage auch zwei Hände und ein Herz, das war gestern. Es geht um die Würde der Menschen, die in den Branchen arbeiten. Es geht aber auch um die Würde der Menschen, mit denen die Beschäftigten arbeiten. Es geht um die Menschen mit Behinderung, es geht um die Kinder, um die Schülerinnen und Schüler, um die alten Leute, die gepflegt werden. Eigentlich geht es um unsere Gesellschaft. Und deshalb am 24.09. SPD wählen.